Moin, Malte! Hei, Peter! Wasser? Kann ich jetzt endlich ein Bier trinken? Im Paddel, wie sieht's da aus? Irgendwas zu beachten, kann ich da mein ganz normales Paddel von immer nehmen. Wenn ich noch keins habe, was sollte ich machen? Oder wenn ich jetzt einen speziell für einen Fluss suche, was empfiehlst du? Ich mach mal kurz in die Maske. Arm-Make-up bitte! Naja, mach mal. Da ist der Spaß noch nicht mit dabei. Dann müsste man wahrscheinlich extra bezahlen oder man macht eine Bodybuilder-Ausbildung vorher, weil die Paddel unfassbar schwer sind. Es gibt positive wie auch negative Aspekte, was jetzt die Hardboards betrifft. Für Einsteiger im Fluss ist es auch leichter oder ist es eigentlich einfach nur anders? Was muss ich anlegen für ein ordentliches Allround-Board, mit dem ich mich auf den Fluss begeben kann und auch mal eine Tour fahren kann? Nicht eine mehrtägige, aber vielleicht so eine Halbtages- oder Ganztagestour? Ich habe viele Gäste gehabt bei mir im Camp, die mit solchen Boards ankamen und gesagt haben, guck mal, ich habe mir hier ein ganz tollen, günstiges Board geschossen. Der Spaßfaktor bleibt bei diesen, ich nenne sie mal Billo-Boards, komplett auf der Strecke. Deshalb würde ich empfehlen, davon die Finger wirklich zu lassen und das Geld lieber direkt zu investieren in ein Board, was vernünftig ist. Und da, wie gesagt, geht es los so bei 800, 850 Euro. Die richtigen großen Tourer, 12,5 Fuß bis 14 Fuß, die sind natürlich teurer. Aber man findet schon bei einigen Marken wirklich auch deutlich günstigere, unter der 1.000 Euro Grenze. Und da, wie gesagt, geht es los so bei 500 Euro Grenze. Was nicht so bei 500 Euro Grenze bei pracy? So eine Standartين mit den Olafisten Kramen werden,